Hallo, mein Name ist Gökhan, ich bin 40 Jahre alt und bin hier gerade in Istanbul bei einer Magen-Operation-Verkleinerung und bin sehr zufrieden. Und alles ist gut gelaufen. Freitag wurde ich operiert und Sonntag darf ich schon wieder raus, habe keine Schmerzen, nur nach der OP ein bisschen. OP-Schmerzen, aber sonst alles gut. Jetzt muss ich auf meine Ernährung achten und ich fühle mich jetzt schon besser. Kann ich nur empfehlen, die Leute, die sich unwohl fühlen und vor allen Dingen bedanke ich mich bei Dr. Opposite und jeder Familie und es ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr euch unwohl fühlt.